Musik Auch im Osten gab es eine S-Bahn-Neuentwicklung, die Baureihe 270. 1987 wurde die Null-Serie vorgestellt, die seit 1988 im Fahrgastverkehr ist. Ein Vollzug ist rund 145 Meter lang und somit knapp drei Meter länger als die Altbaufahrzeuge. Mit vier Einstieg-Türen ähnelt das Grundkonzept den Altbaufahrzeugen. Kleinste im Fahrgastverkehr einsetzbare Einheit ist der Halbzug. Musik 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 Jeder Achse im Triebdrehgestell wird von einem Fahrmotor in Taz-Lage-Ausführung angetrieben. Mit einer Dauerleistung von 150 kW wird eine Höchstgeschwindigkeit von 90 Kilometern in der Stunde erreicht. Musik 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 Musik